Hallo, herzlich willkommen zum Naturheilkunde-Kanal. Im Naturheilkunde-Kanal dreht sich alles darum, wie Sie mit naturheilkundlichen Mitteln Ihre Gesundheit erhalten, Krankheiten vorbeugen oder heilen können. Ich möchte Ihnen gerne Tipps oder Anregungen dazu geben, wie Sie Ihre Gesundheit in Ihre eigenen Hände nehmen können, denn dort gehört sie hin, in Ihre Hände. Mein Name ist Andreas Kallmeier und heute möchte ich Ihnen einige Nährstoffe für die Augen vorstellen, auf das Sie möglichst lange, vielleicht mit einer Brille, aber an sich möglichst lange was von Ihren Augen haben. Wie Sie vielleicht wissen, sind die Augen ja permanent dem Licht ausgesetzt. Das heißt, sie sind erhöhten Strahlungswerten eigentlich ausgesetzt. Nicht so wie im Inneren unseres Körpers, müssen die Augen immer wieder Licht aufnehmen. Und damit sie das hinkriegen, muss unsere Ernährung ein Stück weiter unterstützen, dass sie auch sich schützen können gegen zu viel Strahlung. Man weiß zum Beispiel, dass Menschen, die auf sehr großen Höhen leben, also sehr viel UV-Strahlung abkriegen, auch tendenziell relativ schnell Augenkrankheiten bekommen. Und um das eben zu verhindern, wird ja gerne gesagt, im Sommer eine Sonnenbrille aufsetzen zum Beispiel, damit die Augen ein bisschen geschont werden. Idealerweise auch nicht die ganze auf Tablets oder Handys oder sonst was gucken. Man weiß auch mittlerweile, dass blaues Licht offenbar zu einer vorzeitigen Alterung unserer Zellen führt. Also gerade das moderne LED-Licht. Ich habe hier auch zwei Strahler, die mich hier anleuchten, damit ich für sie nicht im Halbdunkel sitze. Auch die sind Aspekte einer vorzeitigen Alterung und sind sicherlich auch nicht unbedingt gut für unsere Augen. Um dem so ein bisschen entgegenzuwirken, ist eines der wichtigsten Dinge, die wir unseren Augen zuführen können, ist Beta-Carotin. Das ist sehr bekannt aus den Möhren, oder ich hoffe, dass Sie es kennen aus den Möhren, was diesen orangefarbenen Farbstoff macht, wobei es nichts ausmacht, wenn die Farbe der Möhre eher rot ist. Es gibt auch rote Möhren. Da ist daneben diesem Farbstoff noch andere Farb-, also pflanzliche Farbstoffe drin, die aber für unseren Körper super, super gesund sind. Also von daher, lass nicht abstrecken, die Dinger wohl nicht angemalt oder irgendwas in der Richtung wie Ostereier, sondern einfach ein Trick der Natur, um, soll ich sagen, gegen Widrigkeiten zu schützen und wir Menschen haben es eben geschafft, das zu kultivieren und regelmäßig zu züchten, was sonst vielleicht nur hier und da mal vorkommen würde. Sie finden dieses Beta-Carotin neben den Möhren auch in Wildgemüse, in Spirulina, also der Alge, in Chlorella, einer anderen Alge. Ein weiterer wichtiger Nährstoff ist das Lutein. Lutein finden Sie sehr viel in Kohl wieder. Jetzt war ja gerade Winterzeit, also zumindest jetzt, wo ich das aufnehme, läuft die Winterzeit gerade aus. Da war ja eher so Grünkohlzeit teilweise angesagt oder Weißkohl oder was für ein Kohl auch immer. Aber ansonsten im Sommer bieten sich halt an grüne Blattgemüse oder eben auch tatsächlich einfach in den Garten gehen und Kräuter sammeln. Je wilder die Kräuter wachsen, also je weniger sie kultiviert und gehätschelt und verhätschelt haben, desto mehr Nährstoffe enthalten sie an dieser Stelle. Weitere Nährstofflieferanten an dieser Stelle sind im Grunde alles, was grün und blaue Pflanzenpigmente darstellt. Also zum Beispiel sehr wertvoll Holunderbeeren, Aroniabeeren, der Hammer, was Nährstoffe angeht, Heidelbeeren. Total klasse, wegen ihrer intensiven dunklen Färbung sind sie übrigens nebenbei bemerkt auch gut fürs Gehirn. Also wenn sie vielleicht schon ein bisschen älter wären, noch älter als ich vielleicht, dann ist das etwas, was ihnen unter Umständen helfen kann, auch hier oben, dass das alles nur halbwegs flutscht, neben anderen Dingen. Da habe ich schon mal ein Video dazu gemacht, schauen Sie da mal rein, da finden Sie noch weitere Anregungen, was Sie machen können, um Ihre geistige Leistungsfähigkeit über Pflanzen, Heilpflanzen, Nahrungsergänzungsmittel am Laufen zu halten und überhaupt zu erhalten. Natürlich müssen Sie für die geistige Leistungsfähigkeit noch ein bisschen mehr tun, als nur Pillen schlucken. Natürlich sollten Sie erstens sehen, dass Sie bestimmte Pillen nicht schlucken, Punkt eins, also so wenig wie möglich pharmazeutische Präparate nehmen, wirklich nur das unbedingt Notwendigste und ich weiß, das kann ganz schnell mal ein ganzes Regal voll mit Mitteln sein, da müssen Sie für sich selbst entscheiden, ob das wirklich sein muss. Denn die haben alle Nebenwirkungen, die müssen nicht auf die Augen gehen, die müssen nicht zwingend aufs Gehirn gehen, aber Sie werden Ihren Tribut abfordern. Und dann müssen Sie natürlich sehen, dass Sie sich körperlich bewegen, ganz wichtig, geistige Leistungsfähigkeit geht mit körperlicher Leistungsfähigkeit. Ich will nicht sagen einher, also das heißt nicht, je mehr Kilos Sie stemmen können oder je mehr Klimmzüge Sie machen können, desto fitter werden Sie im Alter sein, aber es geht so ein bisschen korrelierter miteinander. Das heißt, wer sich viel bewegt, seinen Kreislauf im Gang hält und alles funktioniert, der hat auch ein fittes Gehirn. Okay, wieder zurück zu den Augen. Entschuldigung für den Exkurs. Also, wir haben alles, was grüne oder blaue Farbpigmente enthält, Blaubeeren hatten wir eben zum Schluss, dann haben wir natürlich den Grünkohl, den ich schon kurz ansprach, dann natürlich Petersilie, ein Powerhouse an Nährstoffen, außerdem noch gut für die Nieren, also wenn Sie vielleicht noch aus dem Winter heraus leichte Nierenprobleme haben, Blasenprobleme, entsaften Sie sich Petersilie, bauen Sie es selbst an, packen Sie einen Smoothie, was auch immer. Ich persönlich rate jedem natürlich LaVita, das ist mein Vitalstoffkonzentrat schlechthin sozusagen, meine, ich würde mal sagen, meine Basis, was ich nutze, um selbst gesund und fit zu bleiben und was ich jedem ans Herz lege, der das hören möchte oder der was für sich tun möchte, das entbindet Sie nicht einer gesunden Ernährung. Bitte nicht falsch stehen. Das ist keine Alibi-Lösung, um zu sagen, mache ich das, esse ich den Rest der Woche Fast Food. So wird da kein Schuh draus. Ob Sie nun jung sind, ob Sie schon älter sind, das haut auf lange Zeit nicht hin. Das wird Sie eher umbringen und dann hilft Ihnen auch LaVita nix weiter dabei. Das kann vielleicht den Schaden ein bisschen puffern, aber auch nur ein bisschen. Dann sind Algen im Allgemeinen, also wir hatten ja Spirulina, Chlorella eben, sind sehr gut, aber Algen sind darüber hinaus eben auch entzündungshemmend, antioxidativ tätig, wirksam. Dann haben wir OPC, das ist Traumkernextrakt, das war mal vor einigen Jahren gehypt, wegen seiner Fähigkeiten freie Radikale zu fangen. Die Fähigkeit hat es nicht verloren, auch wenn der Hype nicht mehr da ist. Dann ein Gewürz, was immer stärker in die Forschung hineinrückt, habe ich den Eindruck, ist Safran. Problem an Safran ist, so wie ich das sehe, erstens mal, es schmeckt, Entschuldigung für das Wort, S-C-H-E-I-S-S-E, nicht gut, sehr, sehr bitter, was natürlich vom Prinzip gut zu die Leber ist, aber es ist eine Bitterkeit, die mir persönlich nicht schmeckt und ich mag wirklich bittere Getränke sehr gerne. Und es ist schweineteuer. Also für so eine kleine Dose, da sind, keine Ahnung, 20 Safranfernen drin, zahlen sich schon irgendwie 10 Euro oder sowas in der Richtung, wenn es auch noch eine gute Qualität sein soll. Dann haben wir das Curcumin, mit anderen Worten, einer der Hauptwirkstoffe aus dem Kurkuma, dem Gelbwurz, eins meiner absoluten Lieblingsgewürze, beziehungsweise eher als Nahrungsergänzungsmittel nehme ich es zu mir, aber nichtsdestotrotz, man kann es eben auch in jedes Essen versuchen hineinzutun, auch das hat eine gewisse Bitterkeit und bitte immer darauf achten, geben Sie Pfeffer dazu. Kurkuma ohne Pfeffer können Sie knicken, weil Kurkuma dann so gut wie gar nicht vom Körper aufgenommen wird und schon gar nicht das Curcumin, was Sie eigentlich dann haben wollen, aber von dem man weiß, dass es da eben hilft. Dann haben wir noch Vitamin C als Ergänzung. Ja, Sie können natürlich nicht Ascorbinsäure nehmen, ich persönlich würde eher was Natürliches empfehlen, also da wäre Acerolakirsche, Kamu Kamu wären so Sachen, oder auch Hackebuttenpulver zum Beispiel, kann man sich ein Smoothie tun oder im Herbst Hackebutten sammeln und trocknen. Das wären leise Sachen. Sie können natürlich auch Zitronen entsaften, also zum Beispiel eine Sache, die sehr manchen Menschen gut hilft, ist, frühmorgens ein bis zwei Zitronen entsaften und das auf nüchterne Mangel trinken. Wenn Sie es noch toppen wollen, packen Sie da noch einen Esslöffel Apfelessig mit rein und füllen das mit ein bisschen Wasser auf, damit das nicht so pur und so scharf ist. Und dann trinken Sie das runter und dann beobachten Sie mal, wenn Sie das so vier Wochen machen, was macht das mit Ihnen? Wenn Sie es ein bisschen süßer haben wollen, packen Sie noch einen Schuss Lavita mit rein, dann peppt das Ganze ein bisschen auf, ist nicht ganz so sauer, bitter, was auch immer, aber Sie werden schon merken, das macht was mit Ihnen, das verändert was an Ihrem Stoffwechsel. Vielleicht nehmen Sie auch ab davon, probieren Sie es mal, wenn Sie experimentierfreudig sind. Dann für die Augen, gerade wenn man vielleicht schon leichte Probleme haben sollte oder Probleme zusteuert, würde ich persönlich noch eine Pilzmischung empfehlen. Hier bietet sich ein Auricularia Reishi, hat sich da bewährt, als Unterstützung der Augen, als antioxidativer Stress, als Durchblutungsförderung und so weiter und so fort. Ja, insgesamt, wenn Sie erstmal was tun wollen, ohne Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen, würde ich einfach sehen, dass Sie viel öfter Kohl essen, sodass jetzt noch die Jahreszeit dafür ist, ansonsten viel Salat. Idealerweise machen sich grüne Smoothies mit dem Salat, weil da sind natürlich alle Nährstoffe aufgeschlossen. Die Diskussion geht durchaus in die Richtung Smoothie oder Entsaften. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Im Smoothie haben Sie halt die Faserstoffe mit drin, halte ich für sehr wichtig. Wenn Sie es entsaftet haben, haben Sie natürlich eine Nährstoffbombe hoch 3, so ungefähr, weil Sie alles, was vorhin in den Fasern drin war, haben Sie jetzt rausgepresst und trinken es pur. Ich persönlich kriege es kalte Grausen, wenn ich einen grünen Saft pur trinken müsste. Also meistens habe ich das vermischt, wenn ich das eine Zeit lang gemacht habe, mit Möhrensaft, Rote-Bete-Saft, Apfelsaft, sowas in der Richtung. Also pur, ich kriege es runter, ja, irgendwie, aber können Sie meinen Gesichtsausdruck schon ansehen, nicht so mein Ding. Und in den Smoothie können Sie nämlich dann, das können Sie beim Saften nicht so gut machen, da können Sie noch Beeren mit reinhauen, da können Sie halt die Petersilie mit reinhauen, gut, die können Sie auch entsaften. Sie können Bananen mit reinhauen, ist zwar nicht primär der Nährstoffträger für die Augen, ist aber trotzdem Nährstoffträger, insgesamt für den Körper zum Entspannen zum Beispiel. Sie können Zitronen da mit reinhauen, ganze Zitronen bitte dann, aber dann natürlich nur Bio-Zitronen, sowas, Sie können Kurkuma mit reinhauen, also Gelbwurz mit Pfeffer vermischt, wenn Sie es scharf mögen, hauen Sie eine Prise Chili rein, wenn Sie Knoblauch mögen, hauen Sie eine kleine Knoblauchzehe mit in den Mixtring mit rein, also klein, bitte nicht zu riesig. Sie können das Ganze wunderbar auffüllen mit zum Beispiel vergorenen Möhrensaft oder vergorenen Rote-Bete-Saft, gibt es bei Amazon oder bei Alnatura zu kaufen oder aber und, oder muss ich sagen, auch noch mit Kokoswasser, naja, die ganzen Tipps, die Anregungen, bis auf die ein, zwei Exkursionen, die ich mir geleistet habe, finden Sie alles weiter unterhalb des Videos, wenn Sie da mal draufklicken, öffnet sich ein weiteres Fenster und da finden Sie die ganzen Stichworte dazu, Bezugsquellen und so weiter, wenn Sie da weitere Schritte probieren möchten oder gehen möchten. Ich hoffe, die Inhalte waren für Sie interessant, ich hoffe, Sie konnten etwas für sich mitnehmen und vielleicht probieren Sie auch was aus, ich würde mich freuen, ich würde mich vor allen Dingen freuen, von Ihnen dann was zu hören, sei es, dass Sie mir Kritik nennen, was Ihnen nicht gefällt, Stimmlage, Video, Art, Schnitt, was auch immer, wenn Sie Fragen haben, immer gerne, natürlich bin ich auch für Lob nicht abgeneit, wer mag das nicht, ein gelegentliches Lob. Wenn Sie übrigens Themenvorschläge haben oder Dinge, die Sie interessieren, schreiben Sie entweder mir gerne eine E-Mail unter info at kallmeier-naturalpraxis, so geschrieben wie hier hinter mir. Das ist auch meine Homepage, mein Blog, wo Sie auch wieder interessante Artikel über Naturalkunde finden, zu verschiedenen Themen. Manchmal deckt sich das mit dem, was ich hier mache als Video, ganz oft ist es aber so, dass da ganz andere Sachen stehen, als ich hier als Video drehe. Und vergessen Sie natürlich nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit Sie immer schön auf dem Laufenden sind, wenn ein neues Video rauskommt, dass Sie gleich informiert werden und gucken können, ist es für Sie interessant oder sagen Sie eher nicht. Natürlich freue ich mich auch, wenn das Video vielleicht für Sie nicht so interessant ist, vielleicht haben Sie ja einen Freund, einen Kollegen, einen Verwandten, der gerade damit ein Problem hat, laden Sie es ihm nochmal weiter. Sagen Sie es ihm, er soll mal reingucken, vielleicht gewinnt er ja was daraus. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und Tschüss.